Hallo liebe Brettspielfreunde, heute zeige ich euch das Spiel Blocks aus dem Play This One Verlag. Ein Spiel für 2-4 Spieler ab 8 Jahren mit einer Dauer von ca. 30 Minuten. Wie immer zeige ich euch als erstes, was findet ihr in der Spiele Schachtel an Inhalt, wie baut ihr dieses Spiel auf und wie funktionieren die Regeln. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Video zu Blocks. In der Spiele Schachtel findet ihr folgenden Inhalt. Eine Anleitung in mehreren Sprachen. Dann gibt es einen Spielplan. Dann haben wir hier Chips. Vier Spielfiguren. Einen Würfel. Ein paar Karten für die Maestro Version, die zeige ich euch dann auch noch. Und einen Haufen Blöcke. Das ist der komplette Inhalt der Spiele Schachtel. Und das nächste zeige ich euch, wie ihr das Ganze jetzt aufbaut. Der Spielaufbau funktioniert folgendermaßen. Ihr nehmt als erstes diese ganzen Blöcke und stapelt die auf die dafür vorgesehenen Felder. Die Felder haben hier immer so eine Form aufgedruckt. Und da kann man die einfach schön aufeinander hin stapeln. Die Steine sind schön schwer. Die lassen sich super stapeln. Und mit denen kann man richtig gut spielen. Ja, dann gibt es hier diese Chips. Da haben wir zum einen Kubuschips. Das sind Chips, auf denen Steine drauf sind. Und Aktionschips. Da sind Aktionen drauf. Diese ganzen Chips mischt man gut durch. Und verteilt dann einfach auf jedes Feld hier einen Chip. Das sind die Chips, die die Spieler ablaufen werden, um neue Steine zu bekommen. Oder um auch die Gegner zu ärgern. So, dann hat jeder Spieler eine Startspielerfigur. Und hier gibt es immer umkreist die Startspielerfelder. Da kommt die Figur drauf. Und gegenüberliegend ist dann das Feld, wo die jeweiligen Spieler ihren Kubus aufbauen. Und hier haben wir noch einen Würfel. Den legen wir auch noch bereit. Und dann kann das Spiel auch schon losgehen. Das Spiel läuft folgendermaßen ab. Der Spieler, der dran ist, nimmt den Würfel, würfelt und läuft so viele Felder im Uhrzeigersinn über diese Chips, wie er gewürfelt hat. Ist der Chip noch verdeckt, dreht er den Chip um, schaut was drauf ist und führt diese Aktion dann aus. Ist der Chip schon offen, wo er drauf kommt, führt er die Aktion natürlich einfach sofort aus, ohne irgendwas umzudrehen. Kommt der Spieler allerdings zusammen mit einem anderen Spieler auf den gleichen Chip drauf, dann gibt es zwei Möglichkeiten, was zu tun ist. Zum einen muss der Spieler immer mit dem anderen Spieler etwas tauschen. Und das bedeutet, ich muss einen Stein von meinen abgeben und von dem anderen Spieler mir einen nehmen. Welchen Stein ich mir vom anderen Spieler nehme, das muss immer ein Außenstein sein, der nicht den ganzen Block zum Einsturz bringt oder ein tragendes Teil ist. Also irgendein Stein, der außen leicht wegzunehmen ist. Und was ich ihm gebe, das ist egal. Was ich ihm gebe, darf er selber verbauen und ich verbaue seinen Teil natürlich dann sofort auch bei mir. Und dann gibt es eben diese zwei Möglichkeiten, was dann passiert. War auf dem Chip, wo wir jetzt stehen, ein Kubus-Teil drauf, dann passiert nichts weiter, ist darauf noch eine Aktion, dann wird diese auch noch ausgeführt. Und dann wird einfach weitergewürfelt und der nächste Spieler ist dran. Das Ziel des Spiels ist vielfältig. Das Beste, was man machen kann, ist es einen Kubus aus 3x3 Blöcken zu bauen. Und zwar genau aus 3x3, da darf dann nichts oben noch rausschauen, sondern es muss ein ganz sauberer 3x3 Kubus sein. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Ich baue mal schnell einen zusammen. Hier haben wir jetzt die untere Reihe mit 3 und hier haben wir auch nach oben langsam die 3. Da gehört noch einer hin. Dann nehmen wir den hier noch. Ne, der geht nicht. Zweier sind gut. Hier eine Zweier noch drauf, hier eine Einser noch drauf. Das wäre ein perfekter 3x3 Kubus. Und der Spieler, der das Ding so baut, hat das Spiel sofort gewonnen. Da wird dann gar nicht mehr weitergemacht. Das Spiel ist sofort vorbei. Und der Spieler ist der Sieger. Die zweite Möglichkeit, wie das Spiel enden kann, ist, wenn alle Kubus-Steine von hier genommen wurden. Sobald der letzte Spieler das letzte Teil nimmt und verbaut hat, ist das Spiel auch vorbei. Und genauso ist das Spiel vorbei, wenn alle von diesen Scheiben umgedreht wurden, sodass man die Bildseite sieht. Auch dann ist das Spiel sofort aus. Und wer hat in diesen beiden Fällen dann gewonnen? Der Spieler, der die meisten kompletten Ebenen gebaut hat. Denn es ist so, wenn ich schon merke, ich schaffe diesen 3x3 Kubus sowieso nicht, dann muss ich schauen, dass ich in die Höhe komme. Dass ich einfach fertige Flächen so viel wie möglich in die Höhe baue. Denn dann ist es schon wurscht. Und das Ziel bei diesen beiden Möglichkeiten, eben alle Steine weg oder alle Chips umgedreht, da ist das Ziel eben, dass ich den höchsten Kubus habe mit fertigen Flächen. Das heißt, wenn die Fläche irgendwie ein Loch hat, dann gilt sie nicht. Das muss eine zuhe Fläche sein. Und wer da am meisten hat, der hat dann gewonnen. Und wenn da Gleichstand herrscht, dann gewinnt der Spieler, der auf der noch gerade bebauten Fläche noch die meisten einzelnen Steine gerade in der Mache hat. Das sind die grundsätzlichen Regeln von Blocks in der normalen Version. Ich spiele euch jetzt eine kleine Beispielrunde vor. Und dann nehmen wir aber gleich noch die Version Blocks Maestro mit dazu. Und da spiele ich euch dann nochmal ein paar weitere Züge und erkläre euch die zusätzlichen Regeln, die durch Blocks Maestro dazukommen. Die sind nicht sehr kompliziert. Verfeinern das Spiel aber noch ein bisschen und bringen noch ein bisschen mehr Spielspaß rein. Jetzt aber erstmal eine kleine Testrunde mit der normalen Version. Wir spielen jetzt also ein paar Züge. Der grüne Spieler fängt an, würfelt eine 1, bewegt sich um 1 vorwärts und deckt das verdeckte Chipchen hier auf. Da ist ein 1er Stein drauf. Den nimmt er sich und muss ihn sofort verbauen. Einmal verbaute Steine dürfen nicht mehr bewegt werden. Ich muss also genau planen, wo ich das Ding hinlege. Dann muss es da auch bleiben. Gelb ist dran, würfelt eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deckt mal auf. Hier ist so ein Eckstein. Den nimmt er und legt ihn mal hier hin. Dann ist grün dran, hat eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hier haben wir die erste Aktion. Es gibt nur zwei besondere Aktionen. Das ist die erste und die heißt, der Spieler darf sich einen beliebigen Stein aus der Auslage hier nehmen und bei sich verbauen. Ich nehme mal so einen, ja, ich nehme mal diesen hier. Leg den hier rein. Und der gelbe Spieler ist wieder dran. Auch der würfelt eine 4. 1, 2, 3, 4. Aha, dieser Stein, der passt ganz gut hier rein. Grün ist wieder dran, würfelt eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hier ist dieser Stein drunter. Den nehmen wir und legen ihn auch hier rein. Gelb ist dran. 1, 2, 3, 4. Er kriegt diesen Stein. Den kann er jetzt hier auch so aufrecht natürlich reinstellen. Die Dinger stehen wirklich sehr gut, weil die recht schwer sind. Der grüne kommt dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deckt mal das hier um. Das ist so ein flacher Stein. Genau. Und so geht es jetzt immer weiter. Ich schaue jetzt mal, wo die zweite spezielle Aktion ist, dass ich euch die noch schnell erkläre, bevor wir dann uns der Maestro-Version zuwenden. Das ist dieser Stein hier. Das hier bedeutet einfach, ich darf meinem Gegner einen Stein klauen. Bedeutet also, wenn er jetzt hier drauf käme, dürfte er mir einen freiliegenden Stein klauen, also den grünen und den gelben, zack, und bei sich sofort verbauen. Und die Aktion wäre erledigt. Das ist also die zweite Aktion. Es gibt nur diese beiden. Einen Stein klauen oder eben einen beliebigen Stein hier aus der Auslage nehmen. Gut. So viel jetzt mal zur normalen Version. Wir werden jetzt hier nochmal kurz alles umdrehen. Und ich werde euch dann gleich mal die Maestro-Version erklären. Aber das machen wir im nächsten Video. Die Maestro-Version entspricht den Grundregeln des normalen Spiels. Zusätzlich kommen nur diese Karten noch ins Spiel. Und diese Karten, die werden an die Spieler verteilt. Und zwar am Anfang kriegt jeder Spieler drei Stück. Und die kann er zu gegebenem Zeitpunkt ausspielen. Die restlichen Karten kommen hier auf den Stapel. Hier kann man einen Ablagestapel dann draus machen. Und hier sind einfach verschiedene Aktionen drauf, die die Spieler zu unterschiedlichen Zeitpunkten machen können. Die erkläre ich gleich. Neue Karten kriegen die Spieler immer dann, wenn sie eine komplette Lage ihres Würfels fertig haben. Dann kriegen sie eine neue Karte hier gezogen und auf die Hand. Wird allerdings die Lage unterbrochen, muss er auch wieder entsprechend Karten abgeben. Da müssen alle Spieler ein bisschen drauf achten, wer Lagen fertig hat, wer Lagen wieder unterbrochen hat durch Klauen. Da kann man leicht was übersehen. Macht das auch nicht viel aus. Aber wie gesagt, wenn alle ein bisschen gucken, dann klappt das. Was haben wir hier für Sachen? Fangen wir mit den einfachen Sachen an. Hier gibt es einfach Karten, auf denen sind die Steine hier abgebildet, die es hier so gibt. Der Einserstein oder auch dieser Stein. Die Karte bedeutet jetzt aber nicht, dass ich, wenn ich diese Karte ausspiele, diesen Stein bekomme. Nein, die bedeutet folgendes. Wenn ich hier den entsprechenden Stein aufdecke, jetzt müsste ich mir ja diesen langen Stein nehmen und jetzt habe ich aber auf der Hand die Karte mit dem gleichen Symbol. Wenn ich die jetzt ausspiele, dann darf ich mir einen beliebigen Stein hier raussuchen und muss nicht diesen Stein nehmen. Möchte ich natürlich diesen Stein haben, dann sollte ich die Karte auch nicht unbedingt spielen. Das wäre dann vielleicht Verschwendung. Also, das macht diese Kubuskarte. Ich lege sie zu dem Chip, der das gleiche Symbol zeigt und darf mir dann einen beliebigen nehmen. Dann gibt es die Würfelkarte. Auch hier gibt es natürlich unterschiedliche Würfelergebnisse. Und das bedeutet einfach, anstatt zu würfeln, lege ich direkt so eine Karte raus und gehe so viele Schritte wieder drauf ist. Das Wichtige beim Maestro ist auch das, ich muss nicht im Uhrzeigersinn gehen. Ich kann vorwärts, rückwärts gehen, wohin ich möchte. Während des Gehens wechseln ist verboten, aber ich darf mich entscheiden für eine Richtung. Denn wenn schon mal einige Chips aufgedeckt sind und ich habe genau die Karte, um auf einen bestimmten Chip zu kommen, dann macht das natürlich Sinn, so eine Karte zu spielen. Ja, dann haben wir noch diese schöne Karte und die bedeutet einfach, ich kann verhindern, dass ein Spieler mich beklaut oder teleportiert. Teleportieren kommt gleich. Beklauen haben wir gehabt. Wenn also ein Spieler sagt, ich beklaue dich jetzt, also kommt hier auf ein Feld drauf mit beklauen, dann kann ich sagen, nein, fällt aus, du beklaust mich nicht. Und auch beim Teleportieren heißt es, nein, du teleportierst mich nicht. Gibt es hier nämlich in dem Kartenstapel noch die Teleportationskarten. Das sind diese hier. Und damit tausche ich einfach zwei Spielfiguren gegeneinander aus und auf dem Feld, wo ich dann lande, ausgetauschterweise, führe ich die Aktion des Chips aus. Also das kann ich verhindern, wenn ich der Spieler bin, der teleportiert werden soll, kann ich sagen, nein, fällt aus. Ich lege diese Karte raus und du teleportierst mich eben nicht. So, jetzt spielen wir noch mal eine kleine Testrunde weiter, damit wir uns das Ganze noch mal anschauen. Jeder Spieler kriegt drei Karten. Die lege ich jetzt mal offen hin. Er hat drei Klötze. Super. Und er hat ein schönes Durcheinander. Die Karten legen wir jetzt einfach mal dahin, den Rest. Und der gelbe Spieler fängt wieder an. Der würfelt dann eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, deckt hier um, hat diesen Eckenstein, legt den hin. Der grüne Spieler ist dran, hat eine 2. 1, 2 ist hier. Das ist dieser Stein. 3. 1, 2, 3. Drehen wir um. Das ist dieser Stein hier. Der passt gut hier rein. Grün ist dran, hat eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist wieder dieser Stein hier. Ja, da machen wir uns in der Mitte jetzt eine Lücke. Das ist vielleicht nicht gut, aber schauen wir mal. Er ist dran, eine 2. Ein 1er Stein, ist nie schlecht. Kann man hier mal zumachen. Er ist wieder dran, hat eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt hat er einmal klauen und sagt, ich würde ganz gerne den 1er Stein hier klauen und den hier reinschmeißen. Somit habe ich jetzt eine Lage fertig und kriege eine neue Karte hier dazu. Und unser Spieler gelb ist wieder dran, hat eine 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist das, ich darf mal einen beliebigen Stein nehmen. Schauen wir mal. Da nehmen wir uns gleich was Größeres. Das können wir dann hier schön reinstellen. Grün ist dran. 1, 2, 3, 4, 5. Diesen 4er Block, den nehmen wir. Den könnten wir jetzt eben auch sagen, nein, den will ich nicht. Ich brauche einen anderen Stein. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich sage, nein, ich möchte diesen Block hier nicht haben und nehme mir stattdessen diesen Stein hier und lege den da hin. Gelb ist dran. 1, 2. Ein 2er Steinchen. Oder da ist er. Ich könnte jetzt auch sagen, nein, den 2er Stein will ich nicht. Ich spiele diese Karte aus. Ich hätte viel lieber gerne diesen Stein hier und den lege ich dann hier rein. Grün ist dran. 1, 2. Kommt hier drauf. Das muss er nehmen. Legt er jetzt mal so hier rein. Jetzt muss er schon aufpassen, weil jetzt ist er eigentlich schon auf dem Weg zur nächsten Stufe. Ihr hier drüben kriegt natürlich noch eine Karte, weil er hat ja hier eine Lage fertig. und er kann jetzt mal schauen, wo komme ich denn hin mit 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich spiele jetzt mal die Karte, weil ich möchte mal ein bisschen vorwärts kommen. Zack, hier her. Das ist dieses. Das möchte ich allerdings nicht haben. Ich spiele also hier das gleiche Symbol aus. Nimm mir diesen Block, lege ihn hier drauf und kriege auch für die nächste fertige Lage wieder eine Karte. Grün ist dran. 1, 2, 3, 4, 5. Schauen wir mal. Hier ist wieder so etwas. Das ist ja ganz praktisch. Auch eine Lage fertig. Nehmen wir eine Karte. Dann ist Geld wieder dran. 1, 2, 3. Das ist nochmal so einer. Wenn natürlich der Stein nicht mehr da ist, der da drauf ist, habe ich Pech gehabt und kann eben in der Runde nichts machen. Auch er baut es mal an der Lage und versucht mal diesen 3x3er Block zusammenzukriegen. 1, 2. Ich darf mal einen beliebigen nehmen. Nehmen wir uns mal das hier. Jetzt bräuchten wir noch diesen Stein. Dann hätten wir das Spiel gewonnen. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Gelb ist dran. Hat eine 1. Kriegt diesen flachen. Will er eigentlich nicht. Muss er aber nehmen. Legt er hier rein. Der bräuchte schon zwei 1er Steine, um das noch zu gewinnen. Jetzt ist der Grüne dran. Der schaut jetzt mal den langen. Der ist noch gar nicht aufgedeckt worden. Na gut, dann würfel ich mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Klauen beim Feind. Muss ich jetzt dummerweise machen. Und dann nehme ich mir halt den Stein und stelle ihn hier rein und weiß jetzt, okay, den 3x3er kriege ich nicht mehr zusammen. Also baue ich jetzt einfach auf Höhe. Natürlich kann der andere jetzt sagen, nö, das unterbinde ich. Du beklaust mich nicht. Ich spiele meine Karte hier aus und sage, nein. Ob das gut ist, wissen wir noch nicht. Vielleicht hätte er ihn damit verhindern können, dass er eben den Block fertig kriegt. Der wird sich jetzt einen Arsch beißen, wenn hier irgendwo der 3er drunter ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schauen wir, was hier ist. Aha. Einmal stehlen in die andere Richtung. Was könnte er denn brauchen? Eigentlich nicht wirklich was. Er klaut ihm den hier. Legt den bei sich rein. Und jetzt hat er eine Lage verloren. Die ist wieder offen. Das heißt, der andere Spieler zieht ihm jetzt eine Karte aus der Hand. Diese Karten, wie gesagt, verdeckt auf der Hand halten. Nicht hier offen liegen lassen, wie ich es für euch gemacht habe. Der zieht ihm verdeckt eine raus und schmeißt die auf den Müll, weil er eine Lage verloren hat. Ja, dann ist er gleich wieder dran. Eine 4. 1, 2, 3, 4. Den Stein gibt es nicht mehr. Hat er Pech gehabt. Gelb ist dran. 1, 2, 3. Darf einen beliebigen Stein nehmen. Nehmt sich jetzt von mir aus den hier. Hat wieder eine Lage fertig. Und bekommt wieder eine Karte geschenkt. Ja. So läuft das Spiel jetzt einfach weiter, bis er es schafft, den 3x3er zu bauen. Oder wenn er eben auch höher baut, dann gehen alle Spiele nur darauf, fertige Lagen zu kriegen. Und entweder endet das Spiel, wenn hier keine Steine mehr sind. Oder wenn alle Chips aufgedeckt wurden, dann ist das Spiel auch vorbei. Bei der Maestro-Version gibt es jetzt noch eine 4. Version, wie das Spiel gewonnen werden kann. Und das ist, wenn es einer schafft, 2 3er-Blöcke aufeinander zu bauen. Also 6 in die Höhe, eine saubere Fläche. Dann hätte der Spieler auch gewonnen. Das ist eine Sonderregel in der Maestro-Version. Da gibt es sozusagen 4 Möglichkeiten, wie das Spiel enden kann. Sollte der Stapel mal leer sein, wird der Ablagestapel neu gemischt. Ansonsten bleiben die Regeln eben gleich wie im Grundspiel. Das war sie, meine Brettspiel-Vorstellung von Blocks aus dem Play This One Verlag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Brettspiel-Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus, macht's das gut. Euer Michael. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.